B, aber nur ein B, aber jetzt hab ich immer A minus. Egal, maybe you are just better than me, aber macht trotzdem Spaß. Ich find das Spiel saugeil, ohne Spaß. Hast du eigentlich schon mal was im Shop gekauft? Ne, noch nie. Es ist natürlich viel zu Münzen und ich werd's wahrscheinlich auch nie machen. Nee? Äh, nein. Also, Svete, ich hab Skype schon ewige Zeit nicht mehr benutzt. Ich bin nur mehr auf Discord unterwegs. Muss ich ehrlich sagen. Herr Rump. I'll be a Monkeys uncle if I'm putting my Moloha in the Bank. For all I know, the Devils probably control the place too. They will never get a hold of my gold, I spread it all around. Ja, das macht Sinn. Und wenn einige Joes... Was? Wenn einige Joes passiert, um eine Körner zu finden, gut für ihn. Das ist was ich sagen. Mhm. Ich meine Discord geht wieder, ja, überraschenderweise. Mann, f*** dein Wirbelsturm. Ich glaube ich hab die ganze Insel da gerade vernichtet. Da ist so ein Schiff, ich glaube mit dem kann ich wegfahren. Also in die Richtung geht noch. Ah nein, never mind. Was schaust du an, mein Chip? Huh? Es ist nicht meine Schuld. Ich bin beschäftigt mit dem Casino-Depidors. Jetzt... Now I gotta save up... To have my blade fixed. So help me, I wish someone would... Busted King Dice One. Ja, geht schon. Vernichten auch. Kein Problem, wir machen alles. Flower Furry. So eine Zeit lang hat das ja nicht funktioniert. Gar nichts. Sag ich mal, gibt's in dem Spiel nur Bosse? Ja. Okay. Irgendwie schon. Oh, das ist ein Rückensspiel wird das jetzt. Der F*** ist da los, ey. Was passiert denn da? Swaggy Sunflower. Ja, auf jeden Fall, ey. The F***. Ich verkack immer wegen... Bei so easy Sachen. Okay, was passiert jetzt da? Ich wollte nimmer mehr. Das spielt immer besser, ohne Scheiß. Vor allem, wie lieb das am Anfang schaut das Ding. Das kann besser tanzen als ich. Safe Call. Oh Gott. Hm. Tanzt wie die Scheiße. Ich freu mich schon darauf, da hinzukommen, du jetzt wirst, anscheinend. Das erinnert mich an Mega... Ich weiß mit Mega Man nicht so ganz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht warum. Aber ich find's auf jeden Fall so geil. Und wohl. Dead. Aber ich sag mal, beim ersten... Beim ersten Mal bin ich so weit kommen hier. Keine Ahnung von irgendwas. Ich fack kack immer bei so mega easy Dingen. Das fack mich fack ab. Wo das jetzt dein Sieges... Nein, das wollen wir nicht. Ich hab schon wieder verloren. Scheiße. Hat sich angekommen, wird ein Siegeschlag. Danke. Warum kommt der von unten hin? So, kein Problem mehr. Wir machen das jetzt ganz easy. Wir hören auf die Musik. Die Wirbelstürme kriegen mich irgendwie immer. Ich weiß auch nicht warum. Ja, dann musst du immer nach unten oben dodgen. Je nachdem. Fuck. Oh, die Musik ist schon funky. Mh 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 mh. Also das war bis jetzt der beste Tod. Wir machen einfach die Ult und dann kommt so ein Ding und Vergewaltigungsvon hinten. So, der zeigt an, wo er hingeht. Oh, love it! Endlich, ey! Scheiße, Mann! Ich hab's geschafft! Ich bin so stolz auf dich. Danke, Mann. Muss ganz so die Kartoffel besiegen gehen. Stimmt, aber ist auch schon fertig, ey. Ist der einfacher? Ja, ja, der ist ja wirklich einfacher. Ist der erste Boss, wir haben ihn übersprungen. Hilderberg! Nice! Ey, boah! Scheiße, Mann da, ey! Botanik, Panik! Ach, man kann Schwierigkeitsgrad ändern, hab ich grad gesehen. Hamann? Ja, warte mal, ich geh mal eben zurück auf die Map. Ja, es gibt Simple oder Regular. Wir spielen halt auf Regular, glaub ich. Wenn, wenn du da beim Level, wenn da die Levelbeschreibung der Name steht, dann siehst du das. Okay. Ich hab's jetzt einfach zu viel, ey. Danke. Weil ich muss die Musik lauter rein, ich feiere die Musik so. Ich möchte ewig bei dem Boss bleiben, ey. Allein für die Musik. Hallo. Hallo. Wie krank ist das Spiel eigentlich, ey? Das ist... Leute, Carrot... Die Carrots, Alter, what the fuck? Ja, ich sag ja, die Carrot ist voll an LSD hier. Die hat's voll drauf. Kennt nix. Die kennt nix mehr hier. Irgendwie erinnert mich die Blume an Mr. Börnsee. Ich weiß nicht, warum. Was? Ja. Stimmt wirklich so ein bisschen. Die lange Nase und so. Schon, gell? Das ist so cool. Der Fürst gefragt, wann ihr euch das Spiel hier geholt habt. Ähm, heute. brandneu aus dem handlers first play also ich habe vorher noch nicht mal ich habe kurz probiert wie das ausschaut und dann habe ich gesagt den rest spiele ich jetzt im stream stefan ich habe jetzt nicht jetzt übrigens was du meintest mit bei der kurator die diese mega holz fehlt mir auch passiert immerhin ob man nach oben schauen muss ob das wie das funktioniert ich glaube das geht nicht in der luft kannst du es machen dann müsste gehen eigentlich so stelle ich mir das halt vor hallo katze hat sie braucht zuneigung dann kommt die katze nimmt sich zuneigung so funktioniert das ich krieg immer voll die scheiß bewertung warum musst du bekommen ich krieg immer nur b naja ich habe auch beim letzten richter auch b fließt beiden bist du mit dem boot gefahren noch nicht ich bin einfach nach unten gegangen wieder nach oben da gewehr du kannst noch in eine richtung weggehen weitergehen nach bei diesem busch blumen da genau muss mich hier wieder eingeholt voller profi ich dachte okay zwei bosser bist du vor mir aber das blumenbeet war ja wirklich der erste boss anscheinend boris fragt ob wir uns vorstellen könnte es in der battle time gegeneinander zu spielen denn wir machen das eigentlich schon gegeneinander oder wir können dann später mal zu sagen ja jeder hat eine stunde zeit wer weiter kommt so ja was könnte man machen machen muss speedrun draus neuer welt rekord wow what the fuck man was scheiß mr bernsee es wird in dem spiel ist alles speziell also es wäre noch nichts normales da gewesen wusstest du dass man auch attacken gegner dodget wenn man seine ult macht nein ich bin verreckt beim dodge also beim ult anmachen mir hat es gerade einmal keinen schaden gemacht vielleicht lack viel spademan weil erst mal hätte ich die fast wegsteckt und jetzt tue ich da so lange herum das ist voll traurig schade extreme pollination in total domination ich finde ich würde ich sprüche immer geil hier drücke ich jedes mal weiter ich habe kein einziges maxi er glaubst du ich lese mir dadurch wie ich verreckt da kann nichts schönes drin stehen doch wer weiß das schon im prinzip lesen müssen damit ich sehe und ich weiß dass was gut ist nicht aber jetzt habe ich es aber auch ins verkackte nicht so gut wie eben hat der erste versuch aber mir glaube ich der beste bis jetzt ein tipp von mir es fällt dir dann so eine art samen runter immer wenn der praktisch der der haus meistern verschiedenste samen runter lasst den rosen auf den boden aufkommen er erzeugt dann oben eine blume der was immer und immer wieder weiter rosen blumen macht der spiel erinnert mich an russische kinder filme wie das erinnert mich jetzt ein mickey maus an die ganz alten animierten das heißt wenn da oben so ein ding schwebt das ausschaut wie im pfirsich mit flügel dann gibt es immer wieder so ja also es ist mein ob es gut ist leben zu lassen aber hauptsache du kriegst halt was ja ich glaube es ist gut meins mickey maus aber die alten die ganz animierten kanntest du bestimmt nicht mehr jetzt damals nicht mehr gespielt glaube ich ok wo erkenne ich in der dritten phase dass die wo die ranken hingreifen ich glaube das ist luck da musst du schnell rüber springen glaube ich fuck wenn du aufpasst ist alles vorbei dann krieg ich drei vier hits hintereinander kann ich nichts mehr machen ey echt drei hits hintereinander also ja übertrieben gesagt ich habe ja die extra hacks drin weißt ja so wie immer das ist genau soll ich da soll ich den cheat code sagen ja momo rauf runter links rechts rb dann zweimal a b y und dann soll das es haben ich müsste eine bessere kombination angefangen das ist doch ziemlich schlecht knockout er hat mich überholt der schwein leidige blume ich bin schon wieder verreckt viel spät man jetzt ich habe ich habe sogar noch alle leben ja ja du ja aber 0 von 6 super meta ich habe doch egal ich habe alle meine super sachen nicht eingesetzt ich dachte was hast du gedacht wenn man die nicht einsetzt kriegt man diese super meta punkte ich glaube wenn du trifft mit dem zeug oder ich glaube ich weiß es nicht ich habe es egal technik nation haben wir getötet so ein schwein er hat mich überholt die die haus ich habe drei level vorne oder zwei na gut ah well look what the cat rigged and you think you're just gonna ankle and over to the next aisle well that ain't how it works genius you ain't going nowhere till you finish up here that means giving them deaddress the medicine all of them no scram ah ok es gibt auf der ankle isle gibt es auf jeden fall fünf boss und wir müssen alle fünf töten uns fehlt dann wir haben doch schon zwei noch oder einer fehlt uns also mit der blume fehlen uns wir fehlen noch zwei und mir einer voller piste also doch ab ins boot clip joint kill a matey der ist bestimmt voll der beschissene gegner da sitze ich auch wieder eine halbe stunde dran oh 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 ok die feuer wespe hat's dir voll andern gell die feuer wespe hat's dir voll andern gell so man muss einfach nur den rhythmus bleiben ich reif halt nichts woppe ok die oh lol scheiße warum bin ich so ein retard ich hätte nur mehr einmal b drücken müssen und ich hätte ihn aber sowas von gehabt hier puh sold er steigt das war ich wieder einmal richtig weetard das das ne ja leider die nächsten boss sind aber mega funny hehehe das ist das weh dir da haben wir den fehler du glaubst an mich erkenne das problem hast du es erkannt hehehe was kommt jetzt what the what the fuck mach kurz what the what voll geil der boss ha was ich habe was ich habe ich habe ich habe etwas zu also normalerweise 20 aber dieses mal 16 wegen dem angebot der letzte boss ist so geil den sehen wir in der nächsten folge